Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Foto-Ausforderung und was du diese Woche machen musst und wo du genau sein musst, das zeige ich dir jetzt. Erstens musst du den Fort Sierra Crossroad RS500 von 1987 nehmen und dann relativ weit rechts oben in der Map, hier ist der Startpunkt, da portest du dich einmal hin. Und sobald du da bist, gehst du in den Fotomodus, da kannst du natürlich auch gucken, dass das Ganze hübsch aussieht und machst ein Foto und damit hast du die Aufgabe abgeschlossen. Ich hoffe, dieses kurze Video hat dir geholfen und gefallen, wenn ja, lass gerne ein Like und ein Abo da und vielleicht hast du ja noch ein bisschen Zeit und guckst dir eins von den beiden Videos an, was dir jetzt hier gerade vorgeschlagen wird. Würde mich freuen, wenn wir uns gleich wiedersehen und deswegen sage ich nicht Tschüss, sondern bis gleich.